Herzlich Willkommen zurück zu Killer Frequency. Ja, die gute Dame von uns, die Peggy, hat mich jetzt gerade so ein bisschen durcheinander gebracht. Wir haben einen Anrufer. Ach genau, wir müssen ja wieder erstmal ausstalten. Mal schauen, wie wir heute hoffentlich retten können. Okay. Welchen kleinen Laden hast du denn? Du arbeitest noch um diese Uhrzeit, das freut mich für dich. Naja, wenn wir das fragen, wird der wahrscheinlich aber dahin gehen, oder? Ja. 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 Ich denke, es ist nicht die Nacht. Halt! Ich höre ein bisschen rustling. Ich denke, sie kam nachher. Molly! Ich bin in der Mitte! Es dauert ein bisschen Zeit, aber... Danke wieder, Forrest. Es hat gut gesprochen. Oh, warte mal. Molly kann nicht wussle. Nein, nein! Das ist der beste Nacht meiner Leben! Wir helfen dir da raus. Ja, auf jeden Fall. Lauf durch die Wände, genau. Oh Gott. Äh... Äh... Haben wir das Vordere eigentlich schon mal gespielt? Nein, will ich nicht. Ja, was interessiert mich das? Ich habe die Karte doch schon irgendwann in der Folge davor gefunden. Ähm... Vielleicht sollten wir Barbara anrufen, genau. Vielleicht sollten wir Barbara anrufen, genau. Äh... Also, ich hab was zum Helfen, Peggy. Ja, ich hoffe, dass das nicht im Mülleimer gelegen hat, weil das Ding falsch ist oder so. Achso, ja, Entschuldigung. Weißt du, was war's? Heuballen auf seiner Rechten, oder? Hat er gesagt? Wieso Heuballen? Moment, die Traktorstatue ist da. Heuballen zu seiner Rechten, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, wenn ich das richtig verstehe, wo er jetzt... Achso, steht doch auch hier. Rechts sind goldene Heuballen. Na gut, die... Ah, doch da. Rechts sind goldene Heuballen. Genau, dann guckt er in die Richtung. Dann... Wenn ich das jetzt richtig sehe, sollte er nach links... Links. Links gehen. Okay, okay. Oh, oh... I went left, then tried a right... I have a pigstatue in front of me and a creepy rocking horse on my left. Moment, er hat die Schweinestatue... Hä? Moment, ist da links gegangen und da nach rechts? Das kann ja gar nicht sein. Die Schweinestatue kann er nur vor sich haben, wenn er da dann nochmal nach links gegangen ist. Was ist denn das für ein Quatsch? Ähm... Schweinestatue vor sich und ein Schaukelpferd zu seiner linken. Da müsste er eigentlich rückwärts gehen. Wenn es zu seiner linken ist. Hä? Das ist jetzt sehr unlogisch. Achso, geht zurück. Ja, ja, ja. Steht doch hier drin. Ach. Vor ihm? Vor ihm steht eine riesige Rollgabel. Achso, dann ist er da auf der Kreuzung. Da muss er auf jeden Fall nach links gehen. Äh... Go left. Oh, this wasn't how tonight was meant to go. I just wanted some luck. There's a tiny barn in front of me and a scarecrow behind me. Nothing to my sides. Äh... Vor ihm ist eine Scheune, hinter ihm eine Vogelscheuche. Dann ist er... Da. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, an welcher Kreuzung er jetzt ist. Aber dann muss er... Ich hoffe, er steht jetzt direkt vor der Scheune. Achso, rechts und links ist nichts. Ja, ja, doch. Dann ist er in der zweiten Kreuzung. Dann muss er auf jeden Fall nach rechts gehen. Äh... Go right. Ja, dann steht er jetzt an der Kreuzung, nehme ich mal an. Also, da muss er wieder nach rechts. Go right. Da muss er ja eigentlich den Ausgang sehen, ne? I'm out. And my bike's still here. Oh, thank you, Forrest. I... I love you, Molly! Okay. Okay. Alter. Alter. I think it went pretty well, all told. I think you're right. By the way, why do you think Molly missed their date? Do you think she's okay? Unfortunately for Eugene, I think she probably never left home. Alter! 1.49. Und ich hab die Karte immer noch in der Hand. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da wir jetzt noch nicht so viel aufgenommen haben, würde ich sagen, nimm mir den auch direkt mit rein. Äh, okay. Äh, okay. Oh nein! It'll be good to hear it again. Alright, folks. Coming up is that old classic. Uh, Forrest, I don't think you're gonna find that song. What do you mean? I played it a few nights ago. I know, but... Uh, we don't have it anymore. What are you talking about? I threw it away. You threw it in the trash? No, I... I threw it out the window. Earlier today. Uh... Uh, and... Why did you throw it out the window earlier today? Brad was annoying me all afternoon. He played it on repeat because he knows I don't like it. So I grabbed it and threw it right out of one of the office windows. Not my finest hour, but I can only take so much. Ja. Das ist schön, Piggy. Dann geh du mal eben schnell raus, ne? Und hol das eben wieder. Musik ist an. Aber er hat mich nicht gefragt, ob ich das hören... Äh, ob ich das anmoderieren möchte. Of all the songs to request. Why did it have to be that one? Gee, Peggy. What did the barn finds ever do to you? Wrote that song for one. It gets real old, when you're forced to listen to it on repeat for years. Why couldn't they just request Roddy? Oh, Forrest, scrap the song. We have another caller. Ja, ich denke mal, den ziehen wir noch mit in diese Folge rein. Sorry to cut the music short, folks. Collars take priority tonight. Welcome to 189.16 The Scream. This is Forrest Nat. Forrest. Oh, thank God. It's me again. Murphy. Ja, hallo nochmal. Oh, the killer got me, man. I... Why do they ever trust the goddamn master Robin? I warned you not to... Hindsight is 20-20, okay? Forrest, we need to do something. Goddamn piece of... He came to the Gallows Waste Disposal Plant. Feet on me, man. Carry me inside and lock me in a dumpster. I got a flashlight. Oh. Oh, goddamn. I smell smoke. I think he started a fire. Hold on, Murphy. We'll call for help right now. You gotta hurry, man. I need someone here now, or I'm gonna die. Peggy, get the fire department on the line. On it. Alright. Now just... Come on, pick up. Hi. Yes, I'd like to report a fire over at the Gallows Waste Disposal Plant. It's an emergency. What do you mean it's not operational? Why is there no backup vehicle? He... Oh, goddamn it! Forrest, that evil son of a bitch slashed the tires on the town's only fire engine. They can't do anything. But I have a few friends who live nearby. Maybe one of them can save Murphy. Where do they live? My friend Alex lives on the corner of Haddonfield and Romero Street. And Catherine lives on the west end of Myers Lane. And there's Jericho on the east end of Myers Lane. But he's... Ah, Moment. Really old. Okay, I'll check the map, see who would be best to do this. Nee, das war was anderes. Okay. Ähm. Jetzt schreiben sie es nicht mehr. Die haben irgendwas von Myers Lane gesagt, ne? Ach, hier. Sind das die Hinweise? Moment. Alex wohnt an der Ecke Haddonfield Road direkt bei Romero Street. Haddonfield Road, Romero Street. Ich finde gerade... Ach so, ich gucke gerade auf die Gebäude, nicht auf die Straßen. Ja, okay. Äh, Romero... Ist hier? Haddonfield... Haddonfield Road, das ist ganz rechts. Also, der eine... Ach so, deswegen kann man die... Ah. Ich sag mal, das ist... Ah, der wohnt hier ungefähr. So. Dann. Ist das gelbe hier? So weiß ich zwar nicht, aber egal. Ähm, Catherine wohnt am westlichen Ende der Myers Lane. So, das wäre dann B, ist dann grün. Am westlichen Ende der Myers Lane. Hätte ich das doch richtig im Kopf? Wo ist die Myers Lane? Meyers Lane? Meyers Lane? Bin ich doof? Äh. Keine Myers Lane. Ach, hier. Myers Lane. Am westlichen Ende. Das heißt, die wohnt ungefähr hier. Wieso steht da jetzt vier drauf? Egal, ich gehe unten nach ABC. Ähm, dann... Jericho. Feuerwache, mir Fahrzeuge besorgen. Jericho wohnt am östlichen Ende der Myers Lane. Am östlichen. Das wäre dann C. Am östlichen Ende der Myers Lane. So. Kann man jetzt nochmal... Äh... Ne, da steht... Wer am schnellsten bei Murphy sein kann. Die Frage ist, wo war Murphy? Hm. Die kann man aufnehmen? Oh. Oh. Äh. Dann war das da. Die ist im Westen. Das ist da. Ach so, da steht es übrigens auch drauf. Das ist nicht in der Übersetzung. Er ist ein alter Mann. Und die anderen waren ja keine alten Leute, ne? Der war hier ungefähr. So. Die Frage ist nur... Das kann man auch aufnehmen. Feuerwache, mir Feuerwehrfahrzeuge besorgen. Kann ich das irgendwo sehen? Okay, Forrest, who should I call? Who can help Murphy? Genau, wo ist er nochmal? Where is Murphy again? Forrest, really? He just told us he's at the Gallowsway's Disposal plant. Okay, okay. Sorry, I forgot. Ja, aber steht das da drauf? Äh. Jazz Studio? Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts draufgeklebt. Müll, Müllversorgung. Moment, wir sind hier. Fire Station ist da unten. Äh. Hm. Next Dinner, Pizza. Gas and Repair. Train Station. Ich sehe nichts mit Müllverbrennungsanlage. Ärzte. West Gallows Cemetery. Ist das... Ne, das... Ach so! Wenn ich draufgehe... Ah! Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Jazz Studio, Bahnhof. Feuerwache. Pizza, Diner. Da ist nichts hinter, nehme ich mal an. Highschool, Küche, Blumenladen. Plattenladen. Ja, nicht wohnt an der Ecke. Ich will wissen, das ist ein Hotel, Rathaus. Oh, ey, nichts davon ist... Ist nicht euer Ernst jetzt hier. Reporter. Drive-In-Theater. Gibletfield. Also hier ist auf jeden Fall das Maisfeld. Das alte Gruselhaus. Kraftwerk. Abfallentsorgungsanlage. Oh, ihr könnt mich doch alle mal... Okay. Er ist hier oben auf der Abfallentsorgungsanlage. Die wohnen quasi alle in der Ecke. Ähm... Östliche... MacReady Street. Ist gesperrt. Verbindungsstraßen zwischen Roger und Haddonfield Road sind für Anwohner nicht nutzbar. Zwischen Roger und Haddonfield Road. Die sind aber nicht hier oben, oder? Ich sehe die gar nicht gerade. Ah, nee, hier, Haddonfield Road. Zwischen Rogers Avenue. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Ob die jetzt hier hinter ist? Ach, hier. Rogers Avenue... 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 Und Haddonfield Road. So. Verbindungsstraßen dazwischen sind für Anwohner nicht nutzbar. Also nehme ich mal an, die meinen... Die untere wahrscheinlich hier, ne? Ich weiß das natürlich nicht, den wievielten wir jetzt gerade haben. Achso, Moment. Doch, das wissen wir doch. Wir haben den 3. September. Das heißt, wir fallen da voll rein. Genau. Ähm, ich würde mal behaupten, dass auch wenn er nicht... Äh, auch wenn er näher dran ist, würde ich mal behaupten, dass der alte Mann es wahrscheinlich nicht schafft, weil die Straßen ja gesperrt sind, äh, rechtzeitig dahin zu kommen. Die Frage ist dann nur... Kann man das nochmal aufheben hier? Liz und... Connor Fenn fehlt nichts zu... Achso, mehr steht da nicht drin. Okay. Und bei ihr steht nur... Liz at the end of... Ja, okay. Bei dem einen steht dann halt nur das mit dem alten Mann noch dazu. Gut, ich dachte, da ist jetzt noch irgendwas eventuell. Hm. Die Frage ist jetzt durch die Sperrung der Verbindungsstraßen, kommt der dann dahin? Überhaupt? Weil Haddonfield Road ist ja auch gesperrt, ne? Sind für Anwohner nicht nutzbar. Östliche... Ah, Moment. Östliche... Hier, Macri... Also, er hat hier die Sperre noch drin. Ah, okay. Ja, damit würde sie wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob sie zu Fuß jetzt hingehen will oder mit dem Auto fährt. Aber wenn sie mit dem Auto fährt, wird sie wahrscheinlich dann am schnellsten hinkommen. Zu Fuß, weiß ich nicht. Wenn das hier gesperrt ist, heißt das wahrscheinlich auch für Fußgänger gesperrt. Ich würde mal sagen, Catherine. Der alte Mann... Wenn es ein wirklich alter, alter Mann ist, denke ich mir mal, wird nicht so schnell da hinkommen. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. Oh Gott, sollen wir wirklich Catherine nehmen? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag mal Catherine. Oh Gott. All right, give me a second. They're on the way. They'll call from the plant. You can direct them from there. Das wird immer schwarz, wenn eine wichtige Entscheidung davor, äh, bevorsteht, oder? Hello Catherine, are you there? What, what's happening at the plant? The whole damn thing I'm in smoke. I... Fuck, goddammit. I'm going in. Oh, my reception is terrible in here. Oh, God, my eye stink. Äh... Abfallentzogen, was wie was? Äh... Murphy, can you see anything at all? Yeah, I got a little flashlight. It's like... Morningtails, bottles... What does it say on the newspaper? Hm. Hört sich nach Recycling an, oder? Wenn ich weggehe, ist das dann weg? Kann ich da nochmal gucken? Wobei, da hinten sieht man nicht wirklich was, ne? Also, ich würde sagen, das hört sich nach Recycling an. Ja, aber was sieht, hat er schon drauf geantwortet? Ähm, vielleicht hört er ja irgendwas Besonderes. Das ist jetzt irgendwie so ein Stampfer, genau, so ein Müllstampfer. Allerdings ein Schredderer... Eigentlich ist es das Gleiche. Alter, willst du mich jetzt verarschen? So ein Schredderer und Müllstampfer... Ja gut, der eine stampft den Müll, der andere schreddert das. Dann würde ich eher sagen, es ist ein Stampfer, oder? Oh, mein Gott. Oh, bitte, lass es uns richtig sein. Boah, was stand jetzt auf der Zeitung? Äh, ich gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt frage, was da auf der Zeitung steht. Ob er da nicht mehr genug Zeit hat. Aber Gallow... Also, Crite Ridge stand da nicht, meine ich. Gallow Creek, meine ich, stand... Ich meine, der hätte gesagt Henderson. Oder ich bin mir nicht sicher, oh mein Gott. Ist falsch, oder? Oh mein Gott. Das hört sich nicht gut an. Oh. Ich versuche zu dir, jetzt, ich werde Rennando raiseen zu sein, wie du. Und ich werde meine Geld zurück von Mr. Robin. Hey. Du gehst zurück zu deinem Son, okay? Will do, Forrest. Well, folks, Gallow's Creek hat zwei Folk-Heroes tonight. Murphy und Kathle. Ich bin sicher, dass ihre deeds nicht so schnell werden vergessen. Great job, Forrest. No time to celebrate, though. We got a caller. You know what to do. Alright, folks. Another of our good citizens is on the line. Let's see what they have to say. Ja. Nee. Also, ich habe hier eine halbe Herzattacke immer noch. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Quassel-Anruf oder sowas noch rein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das, was wir gerade gemacht haben, dass das abgeschlossen ist und das jetzt wieder irgendwas Neues ist. Beziehungsweise jetzt was Neues kommt. Oh, ich habe hier gerade so Herzklopfen gehabt. Ich war mir echt nicht hundertprozentig sicher, war das jetzt dieser, wie hieß der nochmal, Henderson oder so, irgendwas mit Haar auf jeden Fall. Oh, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich die jetzt nochmal frage, was da draufsteht, weil sie meinte ja, wir haben nicht viel Zeit, dann stirbt er wahrscheinlich, wenn ich die das frage. Da habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Oh, da habe ich echt Glück gehabt. Oder beziehungsweise der Kerl hier, der Murphy oder wie der hieß, der hat echt Glück gehabt. Ja, ich muss mal eben ein paar Mal kurz tief durchatmen, würde ich sagen. Und dann machen wir hier erstmal eine kleine Pause und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann, wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.